Okay. Ah, etwas Essen. Und Kräuter. Ah, und so kann ich das Ding starten. Gut, Essen verteilen wir mal. So. Okay. Fast. Ich lad jetzt mal. Nein. Weil ich glaube, ihr habt auch langsam keinen Bock mehr, mir dauernd dabei zuzusehen, wie ich da runterfalle und den Weg zurücklaufe. Wow. Palace Armory. Okay. Gibt es hier oben den Schlüssel dafür? Okay. A spiteful glare, a conceptional defense, a helpful utensil. You will have the time of your life. A spiteful glare, a conceivable defense, a helpful utensil. Okay. Feuerbälle. Will ich erst mal wissen, wohin es da runter geht? Wo bin ich? Oh, ich bin hier. Nein. Okay, hier nicht runterfallen. Da runterfallen ist nicht gut. Zurück habe ich ein Quick-Safe. Au. Hier gibt es erst mal einen Shift. Shift. Jetzt muss ich mal ganz kurz mich wieder auffrischen. Ich könnte mich da rüber shiften. Okay. 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 Da bin ich jetzt mal so gespannt. Also hier ist schon mal nix zugegangen. Hier war wahrscheinlich jetzt gerade zu. Okay. 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 Und jetzt sind die zugegangen. Und jetzt sind die zugegangen. Ich weiß nicht, muss ich alle runterlegen? Egal. So, ist jetzt die Frage, jetzt gehen die hoch. So. Genau. Genau. Oh. Okay, das war nicht ganz richtig. Ich muss wahrscheinlich erst den hinten in der Ecke dann umlegen. Gut. Aber das wäre dann geklärt. Ich glaube, dann habe ich einigermaßen den Dreh raus. So. Das geht ja eigentlich mit dem Zeiträtsel hier. Oder auch nicht. Oder ich muss sie alle drei umlegen und muss dann zurück den umlegen und kriege dann nochmal die Gelegenheit dahin zu gehen. Okay. Kann ich das Ding irgendwie resetten? Weil ich habe jedenfalls da einen Scheitern. Da habe ich keinen. Au. So. So konnte ich mich porten. Ich habe schon mal Stein auf Stein hinter mir gehört. Und ich glaube, was auch immer ich gerade gehört habe, ist zugegangen wieder. Okay, wieder alles auf Anfang. Sicher ist sicher. So. Irgendwo ist jetzt was aufgegangen. Ich muss nur herausfinden, wohnt was. Da ist was aufgegangen. Also nochmal. Vielleicht kann ich auch austricksen, indem ich es rückwärts mache. Mal gucken, da spare ich ein paar Felder Zeit. Nämlich. So. Nein, es ist wirklich der eine Scheiter. Ah, nein, das werde ich wieder nicht rechtzeitig schaffen. Genau. Okay, der hintere Schalter macht den Dinger auf. So, das ist so ähnlich. Au, den einen Keich ab. Ich bin echt doof, oder? Ich bin echt doof. Ich bin echt doof. Ich bin echt doof. Eine Münze. Eine Goldmünze. Was ist das? Tome of Life. Die könntest du mal haben. Oder er hier, aber... Nee, du bist Frontkämpferin. Crossbow Gravel. Okay. Ich nehme jetzt aber mal nicht an, dass ich dadurch die Tür geöffnet habe. Okay.